Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Fanview 2. Ich hatte vorhin ein paar kleine Aufnahmetests, was heißt Aufnahmetests, ein paar Tests gemacht beim Spielen. Es lief alles einmal frei. Ich weiß nicht, was los ist. Es lag wirklich mehr oder weniger, dass das einfach immer wieder abgebrochen ist durch das Aufnahmeprogramm. Was sehr schade ist, aber positiv. Ich habe herausgefunden, was wir machen müssen und wohin wir gehen müssen, um unsere Tasse zurückzubekommen. Denn ja, wir brauchen unsere Tasse. Und dafür müssen wir zu einem folgenden Ort. Ich habe mich, wie gesagt, durchgebracht, aber keiner wusste wirklich, wo es lang geht. Keiner hatte wirklich die Information. Und gerade bei jemandem, bei dem ich es echt nicht erwartet hätte, der wusste, wo es lang geht. Was ich gleich damit meine, passt auf. Ich kann euch sagen, keiner hatte mir irgendwie was sagen können. Hier ist auf jeden Fall dieser Park, wo wir hin müssen. Ich habe sämtliche Leute befragt. Keiner wusste, wo der Junge steckt. Ich weiß nicht, haben die alle irgendwas auf den Augen? Und jetzt pass mal auf, der Typ hier, der weiß es! Seht mal, wie er da auf dem Stuhl hockt. Entschuldigung. 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 Ja, ja. Das ist die nächste Seite. Nein. Wo ist die Kirche Station? Hier ist die Kirche Station. Ja, hier ist es. Danke. Eigentlich muss der was anderes sagen. Aber vielleicht sieht es auch mal schon da dran. Ich weiß es nicht. Vielleicht reicht das dann aus? Ja, gut. Ich bin mal gespannt, ob das nicht funktioniert direkt. Funktioniert! Okay. Weil eigentlich sagt er, dass der Junge hier gesehen worden ist. Am Brunnen. Ja, ich hab... Wer ist denn da? Das ist das! Oh... Jetzt muss man natürlich ganz was aufpassen. Komm, das kannst du jemand anders sein. Weg, 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 weg. Bitte weg. Danke. Nein! Oh... Verzeihung. Entschuldigung. Ah, bloß nicht unter der Leiter. Ah, jetzt wurde ich abgelenkt. Das gibt's doch nicht. Warum hab ich denn jetzt... Was? Wieso hab ich das jetzt nicht geschafft? Als ich vorhin getestet habe, da hab ich mir zwei, drei Fehler erlauben können. Was? Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ja. Kann ich das wieder neu machen? Das kann ja wohl ein Pferd sein. Das glaub ich jetzt einfach nicht. Nee! Das gibt's doch jetzt nicht. Das ist doch wohl jetzt ein Scherz. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das jetzt war. Ich glaube, das war irgendwo über den Zaun zu springen. Oder kann ich ja jetzt nicht mehr rüber springen. Heißt, ich müsste hier entlang... Was soll denn das? Jetzt kann ich das nicht mehr wiederholen, oder wat? Das war hier! Das war definitiv hier! Was soll ich jetzt machen? Ich muss ihn finden. Na super! Bei dem Test vorhin hat alles geklappt. Da kam ich an. Und jetzt erlaube ich mir ein oder zwei Fehler. Habe ich ihn wieder? Oh, bitte sag mir, dass ich ihn wieder habe. Ja, jetzt habe ich dich wieder! Ja! Ich hasse das mit diesen Echsenzähnen. Nein! Oh, bitte lass uns jetzt nicht irgendwie Probleme machen. Das war's! Oh, ja! Oh, ja! Oh, nein! Oh, nein! Nein! Ich habe es nicht! Ich dachte, ich muss hoch! Oh! Das ist doch wohl ein Witz! Ist das lächerlich jetzt gerade! Warum taucht der gerade auf? Was soll denn das? Jetzt ist er doch bestimmt hier unten, oder? Nein! Ach, ihr wollt mich doch jetzt echt... Nein! Das ist doch wohl wert! Was? Bist du? Ach komm, das ist doch ein Witz jetzt! Jetzt gucke ich wieder in dieser... an dem Brunnen. Ganz einfach. Nö! Nö! Das ist doch nicht so einfach! Könnte der denn sonst sein? Letztens war ja hier oben noch... Ja! Das frage ich mich auch! Wo ist der? Ja! Das frage ich mich auch! Wo ist der? Kann doch nicht einfach in Luft aufgelöst sein! Das bringt mir jetzt alles echt nicht weiter! Das kann doch jetzt nicht wahr sein! Man darf sich aber auch keinen Fehler erlauben! Nicht einen! Und die Zwischensequenzen, die könnten überall auftreten! Das ist das Problem! Das ist doch wohl ein Witz! Ihr seht aber auch gar nichts! Das Problem ist, ich bin hier schon mehrmals umgelaufen. Wie könnte der denn sonst sein? Ich sag ja, die können überall auftreten, diese Zwischensequenzen. Oder? Moment, sind das die, die auch dabei gewesen sind? Ja, ne? Komm, komm, komm. Ich hau euch kurz und klein. Komm her, komm her. Lass mich. Und du auch noch hier. Das reicht's mir, Junge. Rück die Tasche raus. Ja, das sind die zwei. Komm, sag nochmal. Na, na, na. So. Das hast du davon. Rück die Tasche raus. Gut, ich folge dir. Kann ich überhaupt steuern? Ich kann ja gar nicht steuern. Okay, dann lass ich einfach mal steuern. Wer, der Junge, trickst mich aus. Äh, nee. Wenn ich in den Trailer noch erinnern kann, dann müsste das in einer der Garagen vielleicht sein. Alles klar, das könnte gut möglich sein. Vielleicht sind wir auf der richtigen Spur. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Hier ist es. Hier ist es. Hey, hast du nur Geld genommen? Nein, das ist mir nicht! Das ist wirklich! Denken Sie an, die Leute an. Die Geld sind die Lallye. Was ist das? Das ist wirklich! Ich habe mich verwendet. Entschuldigung, ich mache nichts mehr. Ich mache nichts mehr. Ja. Ich möchte hier gehen. Ich weiß nicht, dass ich das Wunschai nicht weiß. Genau, ich sage dein Vater, den Zheinzitzel in der Stratenstätte. Das sind die Zheinzitzel in der Stratenstätte. Der Vater? Du werde schon wissen, dass ihr das Kind gibt. Ich muss Sie mal auf Drogen aufstellen. Ich möchte das eine Schilfe. Um das hier ist. Ah, so oben. Ich hoffe, ich denke, das sind gut. Ich habe das Tschüss gesehen. Wunschai ist, die Tür zu übernommen, also ... Dieser kleine Junge da. Gut, wir haben jetzt eine etwas direkte Karte bekommen. Was auch gar nicht so verkehrt ist. So, was haben wir denn hier? Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Habe Tasche zurück, Geld weg. Muss Combova Pension in Green Market finden. Okay. Wenn wir jetzt hier entlang gehen, müssen wir... Warte mal, aber denn? Ich muss erstmal das finden. Wenigstens konnten wir uns hier auch helfen. Hoffentlich legt er uns nicht nochmal rein. Und dass wir kein Geld haben, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Wollte ich schon zugeben, das ist ein bisschen zu ärgerlich. Ich muss noch mal die andere Karte sehen. Kann ich nicht sehen. Kann sie sehen bestimmt. Das ist dieser Zettel. Send Intro Letter. Alles klar. Und das ist unsere normale. Gut, da stehen jetzt keine Namen drauf. Das ist eigentlich hilflos gerade. Äh, sinnlos. Hilflos. Alles klar. Aber denn, ich muss das irgendwo finden. Was ist das hier? Queen Straße. Hier steht aber leider nichts von der Queen Straße. King's Road. Wir müssen irgendwie über die King's Road rein. Was? Die Karte verwirrt mich. Wenn ich ganz ehrlich bin, verwirrt mich die Karte aber richtig. Hm. Wo müssen wir denn lang? Warte mal, sind es so viele ausgeschilderte Schilder? Ja, ganz logisch. Ausgeschilderte Schilder. Ich hab's aber heute. One Shy. Na toll. Das bringt mir nichts. Moment. One Shy? Momentchen mal. Ach doch nicht. Scheiße. Was? Ich wollte denn gar nicht ansprechen. Doch, wir sind hier in der Ecke richtig. Wir müssen nur irgendwie außen rum. Hä? Was? Ich bin nicht mehr als verwirrt. Vielleicht sind wir auch in der falschen Seite oder in der falschen Richtung gelaufen. Das ist nicht auf der Karte, verzeihe, ne? Mietjob. Hä? Oh, hier haben wir eine Brücke. Kingroad. Ist das Kingroad? Kann das sein? Ja! Ja, wir sind richtig. Sehr nice. Wir sind richtig. So, wir sind ein bisschen mehr rechts. Rechts. Also jetzt. Da einfach. Was? Irgendwie will die Karte gerade ums Gesicht. Äh. Moment. Oder wird das von hier ausgezeichnet? Die Karte ist total verwirrend. Die ist von hier ausgemacht. Also hier entlang, wo die Brücke ist, bei Kingroad. Das macht mehr Sinn. Gibt, glaube ich, mehr Sinn, oder? Moment. Hier gibt es auch keine richtigen Brücke. Hä? Was zum... Versuchen wir mal die linke Seite. Auch wenn das, glaube ich, nicht viel bringt. Doch, Moment. One say. Doch, wir sind richtig. Dann ist das irgendwie... Keine Ahnung. Das ist etwas falsch gezeichnet. Aber es ist anscheinend schon mal der richtige Weg. Okay. Okay. Dann müssen wir jetzt hier entlang. Greenmarkt. Q. Äh. Q. Q. Wie auch immer. In one say. Das sind wir doch mal richtig. Sehr nice. Dann wollen wir noch mal ganz genau gucken. Wir müssen erstmal nach rechts. Beim Heat Shop nach links. Und die nächsten wieder rein. Okay. Spiel oben! Da war es jetzt schon mal runter. Und dann können wir uns jetzt noch REALPY setzen. Das war's für heute. Ich bin wieder zurückgekehrt. Ja. Hey, du hast einen Karten gemacht, oder? Das ist nichts mit dir. Hey, du hast einen Ort, was du? Das ist auch nichts mit dir. Wenn du in der Stadt bist, dann kannst du nicht mehr bleiben. Du bist so leid. Ich dachte, ich werde die Reise noch nicht verletzt. Dann kann ich auch noch ein bisschen in der Nozuki. Es ist doch nicht so, dass es hier nicht anders ist. Es ist aber auch ein bisschen verrückt. Ich weiß, dass ich den Weg nicht so lange, was ich nicht so lange. Ich kann mich mal nicht auf den Weg erzählen. Ich weiß, dass es ein Hotel von Hoorai Lüscher. Was ist das Hotel von Hoorai Lüscher? Wohen, die sagen, was die Hotel. Es kann man sich für die Vorstellung von Joy auf den Weg zu den Weg. Ich weiß, dass wir immer noch immer noch in diese Route gehen. Ich weiß, was ich. Ach, die Nachtsequenzen gibt es ja auch. Ich wollte dann sagen, es kommt eins nach dem nächsten, aber das ist die Nachtsequenz, stimmt. Die gab es ja auch in Teil 1, das war ja, oh, das war genial. Aber wisst ihr, ich glaube, wir werden das nächste Mal einfach zu dem Ort hingehen, wo wir hin müssen. Und sollte das dann nächstes Mal auch wieder gut klappen, wie heute, dann bin ich, denke ich, mal auch ein bisschen munterer. Aber heute einfach kein Kugafuck nicht. Aber ich habe es ja eben geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid weiterhin dabei. Ich hoffe auch, dass es weiterhin klappen kann. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.